hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von deus ex mankind dividet mit dem alten mann von den schlaftabletten ja ich habe mir das noch mal überlegt ich werde diese nebenmission hier weiter hinter unserem rücken wo waren das jetzt hier neonächte hinter unserem rücken weitermachen laut einer e mail die ich gefunden habe weiß jemand in dieser wohnung wie ich die deal in twalys umgehen kann konkurrenz blick zwar das geschicht aber twalys die twalys werden trotzdem nicht begeistert sein so da werde ich jetzt mal hingehen und dann schauen wir mal das ist auch gleich hier vorne ich wollte wieder laufen der weihnachtsmann so da müssen wir rein hier müssen auch gleich hacken erst mal verstärken wo geht es jetzt hier weiter ach da unten immer dieser blöde text da drauf das ist zum verrückt werden mann da müssen wir rein das nervt warum blenden die da so einen riesen text ein und ich will nicht immer meine ganzen sachen verschwenden warum warum habe ich hier noch nicht reingeschaut doch ich habe ja schon nein ach wieder so ein blödes bier ich will das blöde bier nicht und da geht der polizist das ist gehackert so kann ich jetzt noch mal versuchen mensch das ist nur stufe zwei hier das meine ich hier was hat das da drauf zu suchen jetzt sehe ich wieder nicht wo ich lang muss hier nervig alles da bereich in die zeit warum ging das jetzt so einfach naja ok mensch anwesend aktiviere smart so kein nuk verwenden bitte halten sie während des scans still nein 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 bei ihrem smart home system schnelle sicherheit ist enorm wichtig türen ihre geheimnisse sind einsehbar richtig sperren wir die welt aus so ich gucke erst mal nicht dass wir jetzt hier ärger bekommen ich habe das schon mal ein bisschen angespielt ich weiß schon ungefähr was jetzt hier passieren wird bei unserer nächsten etwas beunruhigenden meldung geht es um tödliche infektionskrankheiten der werden wir mal den mund verbieten wir finden hier hier das ist draußen ne ein pda ich hoffe du bist nicht allzu fertig wegen letzter nacht im ernst die kleine war augmentiert wir haben versucht sie zu warnen es ist doch nicht unsere schuld mal deine wohnung putzen die ist ja total verdreckt aha ich soll die wohnung putzen die fenster haben wir ich denke die fenster haben wir doch aufgemacht wer steht das her will ach hier kann ich auch noch hoch wer fahre champagnerkiste hier ist ja ein dreck die haben hier wirklich nur gefeiert ne was ist das hier das neue impfstoffe bereits nicht mehr wirksam sind wenn sie die infizierten gebiete erreicht haben so arbeiten die experten nicht nur tag und nacht an medikamenten sondern auch an neuen mitteln und methoden zur verhinderung so hier sind boxen bewegbar mülltonne äh wer liegt da was ist das ein pda ich empfehle ganz dringend das zu entsorgen ich habe schlimme dinge über neon gehört ich glaube es ist längst nicht so harmlos wie die leute sagen bitte ilonka nur weil du eine einladung hast musst du nicht hingehen peter ist das peter oder ist das ilonka kann man schlecht sagen nein das ist eine frau das muss ilonka sein oh je Champagnerkiste hier ist wieder nur alk drin ja war klar so wir sollen putzen dann machen wir das mal ne was steht denn eigentlich bei der post meine güte john was war das denn letzte nacht ich habe von schlechten neon trips gehört bei denen leute keine farben gesehen haben sondern nur schwarz aber was mit diesem augmentierten mädchen passiert ist habe ich nicht mehr gesehen freund oder feind ein schwarzer vogel hat mir gestern in einen hof etwas zugeflüstert du sollst ein richtiger regenbogen pisser sein seltsam dass ich nie zu deinen partys eingeladen werde bonbon noch seltsam mehr dass wir noch nie uns noch nie getroffen haben wir sind für ich heißt bonbon und ihre gang sind hinter uns ja es heißt bonbon und ihre gang sind hinter uns beiden her falls sie einen kontakt aufnimmt brauchen sie keine angst zu haben wir haben einen kontakt an der quelle wir kontrollieren das neon und wir haben es verdient damit reich zu werden es ist wichtig dass wir uns umeinander kümmern okay wir gehen noch mal zu k.i. umwelt licht ein aus reinigungsservice vorhänge reinigungsservice er wird sich bestimmt darum kümmern und jetzt ich soll nach unten gehen ich hab doch noch gar keine karte ich soll hier wieder raus nehme ich mal an was soll ich denn hier ich brauch da oben ne karte ich hab doch den reinigungsservice bestellt warum kommt er nicht aha ist hier irgendwas zu sehen hi warum läuft das jetzt so gut seltsam heute ist ein seltsamer Tag ich guck hier noch mal ein bisschen rum vielleicht hab ich ja was übersehen hier liegt nur Alk und altes Essen äh hier stehen zwei warum habt ihr hier so ein Stück Holz liegen hm die ist schon durchsucht ah hier hier hab ich schon alles leer geräumt hier war ich noch nicht dran oh guckt mal übersehen ha 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 hm willkommen zurück wie war ihr Tag der reinigungsservice hat ihre Bestellung bestätigt ich lasse ihn herein wenn er eintrifft oh im Bad brauch ich auch noch bloß nicht da an der Wand wenn denn hätte ich das hier hinten gebaut das ist der Dicke hier unten ne gut was mach ich denn nun ich dachte jetzt schon aber vielleicht darf ich hier nicht drinnen sein gehen wir mal nach draußen haben wir hier noch irgendwo einen Laden ne äh weichwurst gehen wir mal hier hoch da war ich schon drin da war ich schon drin hier war ich auch schon drin überall war ich schon drin guck mal da läuft auch ein TV tja blöd blöd kann ich diese Mission nicht weiter verfolgen nehm ich mal an muss ich später wiederkommen mag möglich sein ich weiß es nicht ich geh jetzt nochmal da oben schauen und wenn denn immer noch nichts passiert ist dann die Wohnung war das ne ok war ich eigentlich schon ganz ganz oben hier war ich ach hier war ich auch schon ach hier ist ein Händler haben wir irgendwas zu verkaufen ja ach wisst ihr was dann hole ich mir den ganzen Alk den kann ich doch dann da auch verkloppen was solls Willkommen daheim Ofenplatte einschalten Der Reinigungsservice hat ihre Bestellung bestätigt ich lasse ihn herein wenn er eintrifft ja Ultmans Prestige wie konnte ich das stehen lassen der Typ da draußen da draußen da draußen geht einem wirklich auf den Sack mit seinem Rumgepolter ich hänge ich honkte ich geh mal nach oben eine Champagnerkiste hier muss noch irgendwo ist hier kein Suf mehr hier ist gar nix na gut den gehen wir mal rüber und verkaufen mal ein paar Dinge hä wo waren das jetzt hier hä warum ist denn jetzt die Tür zu bin ich blöd bitte nicht beantworten die Frage ich glaub das war auf der anderen Seite ne ich bin ja so doof ich mach überall die Türen auf ha 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 das war Millers Wohnung ich hab die Tür aufgelassen und ich lass Wasser laufen wie bei Käffin allein zu Haus hier oben muss ich hin da oben war eine Tür auf ich bin ja so doof chai immer hereinspaziert haben gute Waffen zu verkaufen hast du gekämpft hat nein 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 handeln handeln wir mal so wir wollen verkaufen Stammprozessor bestätigen Wein bestätigen Goldmans Prestige bestätigen hydraulische Mikropumpe weg dunkles Bier weg Neuroprozipsin nein nein das behalte ich Tabletten hab ich auch nicht ganz so viele sonst hab ich gar nichts weiter ne ich hab mich verausgabt beim letzten Mal hier hab ich aber ordentlich 210 Zubehörteile da könnte ich doch ein bisschen modifizieren ja jetzt mechert er uns gleich voll äh gehen kein Interesse ja mach ich auch ja wech Arsch so passiert hier schon was ne hier ist die Wohnung ne da passiert noch gar nichts i i war das Inventar Waffen Waffen achso ich bin ja drin anpassen Präzision die Kadenz die Munitionskapazität ok 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 anpassen dann hat er mehr Muni und was haben wir hier anpassen hier könnten wir was machen der Schaden wird größer so anpassen maximiert ah gut hier geht nix mehr ich guck jetzt nochmal in der Wohnung und dann muss ich halt mich mit was anderem beschäftigen so bringt das ja nicht viel hm ich weiß nicht wie lange das dauert bis da der Reinigungsservice kommt blöde Kuh hier hinten ist das irgendwo stimmt hier bin ich rüber gehüpft ich werd mal gucken hier sind Gegner aber hier kommen wir ja eh nicht weiter das weiß ich schon ich komm mir nicht mal rauf und das bringt nix dahin zu hüpfen ich brauch die Karten und so viel wie ich weiß kriege ich die oder bekomme ich die wenn ich den Putzdienst da ich kann ja mal kurz erzählen also ich hatte bis hier hinten schon aufgenommen allerdings war mein Mikrofon verstellt das war alles übersteuert das ist natürlich dann nicht so schön und deswegen hab ich beschlossen das alles nochmal aufzunehmen deswegen kenn ich das auch ja ich kann ja mal hier speichern speichert es ich probiere mal was man kann auch mir wird einfach nicht warm ja das denke ich dir auch auf dem Boden kann ich den hier nehmen ich hab mich getroffen ah komm komm ich hab den doch jetzt ne das geht du gehst mir auf den Sack das war zu hoch weil wenn man den sich hier anguckt ist der gelb ich kann hier aber auch nichts machen ne und da hinten das sind Wachen die sind nicht sauber und da unten kommen wir auch nicht weiter hier komm ich nicht rein weil mir die Karte fehlt würde ich sagen halt's Maul ja ja genau hier ist der Laden mit dem Giftgas wer hört diesem Abschaum denn zu was zur Hölle scheiße jetzt find ich den anderen ah Mist wo ist die Karte da müssen wir hin da könnte ich auch kaufen ja reinigungsbestatt betraf linksbüro stenek das find ich doch nie wieder dieses hängengebleibe an irgendwelchen Dingen hier ist falsch jetzt find ich das nicht mehr kacke ich wollte jetzt zurück zu dem zu der Wohnung Mist hier ich bin nicht denn da lang gegangen was ist das hier Metallkiste bewegbar ich bin noch keine Treppe runtergegangen und hier bin ich auch nicht durchgegangen dass man sich auch nichts markieren kann man verkehrt da kann ich meine Breachsoftware verkaufen wenn ich welche hab hab ich welche ja ich beschleunige das mal ne ich muss dich leider ich hab wohl nix das Zeug ist las handeln sicher alles klar ich hatte doch Blutstoff gut Techno was haben wir denn hier so ne kaufen Hackenobjekte ne die will ich nicht Waffen Elektroschockpistole nein 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 ich muss speichern 708 naja hat ja ein bisschen Geld gebracht halt halt ich hab jetzt eben zweimal auf escape gedruckt deswegen mein nervt ist halt so weg dann wird das wenigstens gefunden so scheiße wo war die Wohnung sagt die Zeit egal ich suche jetzt erstmal diese olle Wohnung bevor ich hier weitermache ich hab sie gefunden wir gehen nochmal schnell hin so geh auf war das gleich hier oben ich glaub ne ja hier ist ein Loch in der Wand wir gucken mal rein ooooh was soll wie war ihr Tag der Reinigungsservice hat ihre Bestellung bestätigt ich lasse ihn herein wenn er eintrifft hallo ich habe ihn bereits kontaktiert mhm hallo Welt und jetzt die Vorhänge jetzt kann man hier auch reingucken na gut dann muss ich wohl was anderes machen dann sag ich mal bis zur nächsten Folge Entschuldigung für diese Ereignislosigkeit hier ja denn dankeschön fürs Zuschauen und ja mach ich tschüss das kommt nicht in meinen Bericht das kommt nicht in meinen Bericht